Ich weiß genau was zählt, ich habe diesen Wicker selbst gewählt. Wir kriegen schon wieder Brimstone, ob das so eine gute Idee ist weiß ich nicht. Das ist wenn ich es rerolle, was bekomme ich dann, bringt es mich weiter? Die letzte Runde haben wir verloren, weil bumstone kein gutes Item für Isaac ist. Krebs, Krebs gibt mir Krebs. Ja! Wasersae Foxey Wink ding 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 Was der Foxey NURRRRRRRR WAPAPAPAPAPAPAW WAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAW Whaters Spoxy Perfekt sage ich dir, was er ist der Plan perfekt Okay er ist doch nicht so perfekt wie ich dachte welchen Fall hab ich einen ... Hä? Ich hab einen Pfeil Und das Spielzeug, das heißt, ich nehme mir kurz einen Keks Und esse ihn Omnomnom, Kekse sind lecker Mmmmm Kekse, nomnomnom Schoko-Duo voll nicht Oh, das ist gut Ich würd so gerne fliegen können Flieg und fühl dich frei, frei, frei Und schwebe durch die Lüfte Ich bräuchte noch, ähm Oh, ne Hast du mich erschreckt Oh, frei, frei, frei Und flieg da einfach hin Ich bin damit, wir essen erstmal Quaker Okay Wo du willst Wo du willst Wo du willst Tuch warz Ja, paar Kirschen Super toll Hm, hm, hm Hm, 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 hm ILEJAHI 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 WHAT THE FUCK Ist das du hörst du mir zur seite stehen um isaac zu vernichten ja wieso bist du im untergrund wieso bist du im untergrund hey einfach die leiter hoch ja mit mit steuerung und dann leertaste so hast gesehen ich schmeiße gleich irgendwas durch die gegend wenn das so weitergeht dass ich in ruhe kacken oh kacku Oh.